Green Eye Town. Green IT für Kommunen. Informations- und Kommunikationstechnologie ist aus der modernen Verwaltung nicht mehr wegzudenken. Kleinen und mittelgroßen Städten fehlt es aber häufig an Know-how, um den Energie- und Ressourcenverbrauch ihrer IT zu verringern. Genau in dieser Lücke setzt das Projekt Green Eye Town an. Im Projekt Green Eye Town beraten wir als Deutsche Umwelthilfe acht Modellkommunen unter 30.000 Einwohnern, wie sie ihre eigene IT energie- und ressourceneffizienter gestalten können. Ziel ist es, damit Modellprojekte zu schaffen für die 10.000 Kommunen in Deutschland, die diese Größenordnung haben, damit wir in ganz Deutschland eine signifikante Energie- und damit auch CO2-Einsparung erreichen können. Die Systeme sind jedoch so komplex, dass es viel Erfahrung braucht, um diese Einspareffekte wirklich realisieren zu können. Das Wissen wird durch Workshops und Videotutorials an andere Kommunen weitergegeben. Darüber hinaus werden auch Berater geschult, um Kommunen besser unterstützen zu können. Nominiert in der Kategorie Green Office bei QSERA. Deutsche Umwelthilfe.